und jetzt auch noch mal hier die funke tempest vom rohre ziemlich schwer zu bekommen sind ursprünglich für den finnischen markt für pyrokratia hergestellt genau haben wir drei verschiedene drin sind vom funke store in polen tempest 1 2 und 3 fangen wir an mit dem tempest 1 hier mit einer big ford auch mal schwächer da war sehr sehr schöne bombe ruf ja gut ich hab gar nicht so voll und jetzt ist es ja gar nicht so voll kann und jetzt ist es ja gar nicht so voll kann ich hab's jetzt mal schon mal erzählt 10 grad und mehr Das ist ein unglaublicher Voltat zu sehen, extrem lange stehen.